Seid mir gegrüßt, meine lieben Nakama, zur Review des vierten und letzten Kapitels aus dem Ace-Manga. Der Ace-Manga basiert auf der Novelle A und wird von Boichi gezeichnet und natürlich ist dieser Manga Kanon. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt ein Sammelband erscheinen wird mit allen vier Kapiteln, der hoffentlich natürlich auch seinen Weg hier nach Deutschland findet, damit wir diesen Manga erwerben können und dass auch jeder mal Zugriff dazu hat, diesen Manga zu lesen. Das Kapitel beginnt mit dem Höhepunkt, woraufhin in Kapitel 3 hingearbeitet wurde. Es ist der hundertste Kampf, Ace gegen Whitebeard, der letzte Kampf dieser beiden und dann entscheidet sich natürlich, ob Ace die Wette gegen Thatch gewinnt. Den sollte er noch einmal gegen Whitebeard verlieren, dann würde er sich den Whitebeard-Piraten anschließen und Teil der Crew werden. Es ist im Grunde ein absolut epischer Kampf, den wir hier am Anfang des Kapitels sehen können. Ace gibt wirklich alles und wir sehen ein paar Attacken, die wir so im Original-Manga von One Piece nie gesehen haben, weil er nie so krass im Fokus stand oder wenn er mal im Fokus stand, halt eben nicht in der Lage war, halt solche krassen Attacken zu zeigen. Wir sehen beispielsweise das Dämonen-Inferno, wo er riesige Feuerdrachen auf Whitebeard abfeuert und die Whitebeard-Piraten-Rätsel noch wird Whitebeard jetzt ausweichen, aber dann wäre er natürlich nicht Whitebeard, sondern er schafft es natürlich, diese Attacke mit Hilfe seiner Teufelsfrucht abzuwehren. Aber allgemein bekommen wir hier einige Königshaki-Clashes von Ace und von Whitebeard serviert. Es wird hier kein Himmel gespalten, so viel sei verraten, aber die Insel geht mehr und mehr zu Bruch, also die leidet hier wirklich unter dem Königshaki der beiden Konkurrenten und natürlich vor allem auch an der Kraft der Teufelsfrüchte der beiden Konkurrenten. Es ist ein wirklich krasser Kampf, man kann das gar nicht anders da bezeichnen und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Ace tatsächlich den Anschein hatte, dass er mit Whitebeard mithalten kann und ihn vielleicht sogar besiegen kann und das zeichnet sich vor allem in einer Szene aus, wo er es schafft, die Waffe von Whitebeard aus seiner Hand zu schlagen und da sind natürlich alle Whitebeard-Piraten erstmal beeindruckt, weil das eben nicht so häufig, wenn überhaupt schon einmal vorgekommen ist und selbst Whitebeard ist natürlich davon beeindruckt. Er gefällt das einfach, dass Ace sich in den letzten Monaten auf seinem Schiff weiterentwickelt hat, dass er so viel stärker geworden ist. Wir sehen auch einige kleine Flashbacks, wo wir den ersten Kampf der beiden sehen, wo er noch nicht dieses heiße Feuer erzeugen konnte. Wir sehen auch Jinbei, der dabei ist und sagt, das ist ein ganz anderer Ace, als damals, als ich gegen Ace gekämpft habe. Er ist viel heißer als früher, aber es kommt natürlich, wie es kommen musste, Whitebeard zeigt dann einfach mal, dass er der Kaiser ist, dass der derjenige war, der mit dem Piratenkönig Goldie Roger mithalten konnte und lässt einfach mal seine komplette Kraft an dieser Insel aus. Komplett bis auf ein Plätzchen, wo sich gerade Ace hingestellt hat und es sieht vielleicht so aus, als würde Ace hier ein bisschen Schaden abbekommen, aber wenn man da hinterblickt, dann sieht man, dass auch die Insel dort unbeschadet ist. Vielleicht kommt da nur so ein bisschen Druckwelle durch und ein bisschen Königshacki. Jedenfalls ist der Kampf danach beendet. Ace fällt um, wird aber von Whitebeard aufgefangen und er begrüßt ihn natürlich als seinen zukünftigen Sohn, als Teil der Mitglied der Whitebeard-Piraten. Auch wenn Whitebeard hier streng genommen der Sieger ist, gibt es an diesem Tag keinen Verlierer. Da wird nochmal drauf hingewiesen. Es ist allgemein ein sehr erfreulicher Tag, weil jetzt eben Ace zum Sohn von Whitebeard wird und dazu gibt es eine große Zeremonie, wo nicht nur die Whitebeard-Piraten anwesend sind, nein, auch sehr, sehr viele aus der Whitebeard-Allianz, den untergebenen Crews, sind gekommen, um sich dieses große Ereignis anzusehen. Und wir sehen mal diese komplette Zeremonie im vollen Gange. Das ist richtig cool, weil wir das in One-Piece-Zone noch nicht gesehen haben. Wir hatten immer mal so ein paar Anspielungen, beispielsweise Jinbei, der eine Sarge-Schüssel vor Big Man zertreten hat. Und natürlich, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich einwerfen, wenn ich es nicht sagen würde, wir hatten diese Zeremonie mit der Strohhut-Großflotte, die dort gegründet wurde. Aber das war ja eher mehr so Larifari. Hier wird es ein bisschen offizieller. Und wir haben hier auch scheinbar drei wichtige Rollen, die besetzt worden sind. Beispielsweise Isso, der hier als Sarge-Schalenträger eine Rolle einnimmt und das Ganze eben so ein bisschen vorbereitet hat. Dann haben wir Marco, der hier den Überwacher spielt. Wahrscheinlich, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass alle sich an die Konventionen halten. Und ganz wichtig, und das finde ich sehr interessant, wir haben hier noch Blackbeard, der als Zeuge fungiert. Er wird quasi so etwas wie ein Patenonkel für Ace innerhalb der Whitebeard-Piratenbande. Was eigentlich eine ziemlich große Ironie ist, wenn man weiß, wie die Zukunft der Charaktere aussieht. Aber trotzdem finde ich das absolut cool. Und was natürlich dann auch noch kommt, ist, dass Ace natürlich annimmt, das Tattoo dem Jolly Roger, der Whitebeard-Piraten, auf seinem Rücken zu tragen. Was wir am Ende dieser Zeremonie auch nochmal sehen. Absolut krasses Panel von Ace und Whitebeard, die ihre krassen Rücken zeigen. Und man denkt eigentlich, die gehen jetzt zusammen pumpen. Also ich finde es absolut episch und teilweise eben auch witzig. Und dann bekommen wir noch eine Szene, was die Spade-Piraten von dieser ganzen Sache gehalten haben. Denn die hatten eigentlich das Angebot, dass die Spade-Piraten sich als weitere Piraten-Crew einfach der Allianz anschließen. Das wollte Ace allerdings nicht. Er wollte, dass die die Entscheidung haben, sich entweder der Whitebeard-Crew anzuschließen oder halt eben ihrer Wege zu gehen. Natürlich haben sich die Spade-Piraten dafür entschieden, komplett zu bleiben und weiterhin für Whitebeard zu arbeiten. Was nach dem Tod von Ace ist, weiß ich noch nicht. Aber darauf werde ich jetzt gleich auch noch Bezug nehmen. Zuvor wird natürlich noch eine Zeremonie innerhalb der Spade-Piraten gemacht. Und zwar nehmen sie ihren eigenen Jolly Roger, die Fahne, und möchten, dass Ace diese als besonderes Zeichen verbrennt. Und alle haben nochmal so ein paar Erinnerungen, was sie so durchlebt haben, wie sie das erste Schiff bekommen haben. Wie Ace im Grunde versucht hat, diesen Jolly Roger überhaupt zu kreieren. Und er hatte sehr, sehr komische Ideen. Er wollte beispielsweise, dass da ein A drauf ist. Dann wollte er, dass der Jolly Roger Spaghetti isst, weil die ja so lecker sind. Und seine Zeichenskills, naja, die sind im Grunde nicht gerade viel besser als die von Ruffy. Auch wenn wir sie hier nicht gesehen haben, bekommen wir es natürlich von Masked Doos erzählt. Wie schon erwähnt, wird dieser Tag als sehr freudiger Tag beschrieben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht der glücklichste Tag überhaupt von Ace gewesen ist. Er hat ja auch am Anfang des Kapitels gesagt, auf das One Piece verzichtet er. Das ist absolut nicht sein Ziel. Er will nicht der Piratenkönig werden. Er wollte von Anfang an immer nur der Beste sein. Von allen einfach nur der Beste sein. Vermutlich, um aus den Schatten von seinem Vater Goldie Roger herauszutreten. Da ja immer wieder behauptet wurde, dass er Dämonenblut in sich trägt, weil er eben der Sohn des Dämonen Goldie Rogers gewesen ist. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Und auch wenn dieser Tag so absolut glücklich war, muss natürlich kommen, was kommen musste. Und wir sehen jetzt hier im Grunde nur unkommentiert einige coole Panels. Das fängt an so mit Ace, wie er auf Ruffy getroffen ist, wie sie gemeinsam aufgewachsen sind, als er losgelegt hat, also losgesegelt ist, als er dann auf dieser Insel feststeckte mit Masked Doos, als sie das Boot gebaut haben, wie sie auf andere Spade-Piraten getroffen sind. Und auch war richtig cool hier, wie er auf Yamato getroffen ist. Wir sind ein paar Panels von Yamato, aber dann natürlich auch ja die Grausamkeit in Ace Leben, was passieren musste. Wir sehen Tej, der ja, wenn man den Manga aufmerksam gelesen hat, ein sehr guter Freund geworden ist in der Whitebeard-Piraten-Bande für Ace, der ja quasi auch der Lehrer für Ace gewesen ist. Dadurch wird diese ganze Sache auch nochmal richtig emotional, da der ja jetzt getötet wird. Denn wir sehen, wie er eine Teufelsbrucht findet, und zwar die Yami Yami no Mi. Und wir sehen dann direkt im Anschluss natürlich, dass dann Blackbeard ganz scharf auf diese Teufelsbrucht ist. Und dann kommt es natürlich zu dem Duell gegen Blackbeard. Er wird gefangen genommen und am Ende wird er hingerichtet. Er wird nochmal befreit, aber dann stirbt er doch durch die Hand von Akainu. Doch auch wenn Ace jetzt hier gestorben ist, ist die Geschichte in diesem Manga noch lange nicht beendet. Denn wie ich einst bei Kapitel 1 gesagt habe, es ist im Grunde nicht die Geschichte von Ace, sondern es ist die Geschichte von Masked Deuce, der die Geschichte von Ace erzählt. Und deswegen sehen wir hier zum Abschluss dann auch nochmal, wie die Spade-Piraten am Grab von Whitebeard und von Ace gestanden haben. Wie sie eine Flasche Saka abgestellt haben. Und wie Masked Deuce sein Buch fertig geschrieben hat. Die Episode A, beziehungsweise die Novelle A, die er an das Grab von Ace gelegt hat. Und dann sehen wir noch ein bisschen Aftermath von Masked Deuce. Beispielsweise hat er sich die Striker geschnappt. Das war dieses kleine Surfboard-Schiff, das sie damals gebaut haben, um von dieser Insel zu entkommen. Und die ja im Grunde eigentlich nur von der Feuerfrucht angetrieben werden konnte. Also eben von Ace. Aber da hat sich Masked Deuce schon was überlegt. Denn die Striker wurde von ihrem Schiffszimmermann hier repariert. Und er hat natürlich auch gefragt, ja wie stellst du dir das vor, wie willst du das betreiben? Er hat natürlich ein Feuer-Dial mit der Hitze von Ace. Und er hat auch gesagt, das reicht vollkommen aus. Denn hier drin ist das heißeste Feuer, das es je gibt, hier eingeschlossen. Und deswegen kann er die Striker verwenden. Und es wird jetzt nochmal absolut interessant. Weil das sind so neue Informationen, auch die ich noch nicht wusste. Denn hier bekommen wir jetzt ein Telefonat mit über Teleschnecke zwischen Masked Deuce und Big News morgens. Ja, und er ist absolut daran interessiert, diese Episode A, diese Novell A zu veröffentlichen. Er sagt auch, er zahlt einen sehr hohen Preis. Die muss unbedingt in seiner Zeitung veröffentlicht werden. Und das ist im Grunde etwas, was erfolgreicher sein könnte als das Buch Brackman. Und auch hier wieder ein Verweis auf das erste Kapitel. Denn dieses Buch hat ja eigentlich Masked Deuce dazu inspiriert, selbst ein Autor zu werden, selbst so eine Abenteuergeschichte zu schreiben. Aber er lehnt ab. Er sagt, diese Geschichte ist nicht für die Welt bestimmt. Und sagt, er wird für ihn diese Geschichte nicht geben. Und er wird aber weiterhin für ihn als Autor schreiben. Und ganz genau möchte er über zwei Dinge Artikel schreiben in seiner Zeitung. Nämlich zum einen Monkey D. Ruffy und über den Stabschef der Revolutionsarmee, der hier allerdings namentlich nicht genannt wird. Aber wir wissen natürlich alle, dass es Sabo sein wird. Und Big News morgens ist natürlich sehr interessiert. Auch wenn er natürlich enttäuscht ist, dass er dieses Novelle A, diese Episode A nicht veröffentlichen darf, sagt er natürlich, dass die Artikel von Masked Deuce trotzdem sehr beliebt seien. Und damit haben wir im Grunde auch die Zukunft von Masked Deuce. Er ist nämlich jetzt weiterhin Autor. Allerdings eben für die Zeitung von Big News morgens. Damit sind wir zwar am Ende von dieser Geschichte und des Ace Mangas. Wir bekommen aber noch einen kleinen Teaser. Und zwar, dass Boishi, der diesen Manga gezeichnet hat, wiederkommen wird und eine weitere One Piece Geschichte zeichnen wird. Meine große Hoffnung ist natürlich die Novelle Law, wo ein wenig die Vorgeschichte von Trafalgar, die Water Law, erzählt wird. Ich denke, das würde auf jeden Fall sehr gut passen. Und diese Geschichte ist ja auch Kanon. Also da können wir dann auch wieder ein paar Referenzen daraus ziehen. Ihr könnt mir jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr allgemein vom Ace Manga bzw. der Novelle gehalten habt. Findet ihr solche Spin-Offs cool? Hofft ihr, dass wir noch mehr solche Kanon-Spin-Offs bekommen? Wir haben ja auch noch Shokugeki no Sanji, den ich auch ziemlich cool finde, wo wir allerdings noch nicht offiziell bestätigt bekommen haben, dass es Kanon ist. Allerdings wurde dies auch noch nie widerlegt. Aber ich hoffe auch weiterhin auf Kapitel von Shokugeki no Sanji. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal für mehr One-Piece-Spin-Off-Geschichten, vor allem die, die Kanon sind und natürlich viel mehr One-Piece-Content. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch für euer Einschalten und Zusehen. Ich sage Ade!